Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen hier vom Superdrupp Seven Days to Die. Hallöchen. Hallöchen. Rede du Sau, rede, rede. Wo warst du gestern? Gestehe. Äh, im Bett. Okay. Äh, ich geh schon mal. Rede du auch, los. Ähm. Wir sind immer noch im Krankenhaus, yippie. Genau. Wow. Also ich bin auch wieder zugestoßen. Ich mach euch mal Licht. Äh, da würde ich nicht reingehen. Nein, nein. Da sind Toiletten. Wieso? Ich muss mal. Alles mal angelegt. Oh, oh. Oh, hier ist ja auch so ein riesen Loch. Oh mein Gott. Wo ist hier ein Loch? Oh. Oh ja, ja, da ist ein Loch. Okay, dann lass uns mal hier raus und dann gehen wir mal den Tunnel entlang, oder? Ähm. Ich höre sie, die müssen über uns sein. Können wir? Ja, ja. Bevor wir in den Tunnel gehen. Ja. Hier draußen. Sekunde. Und zwar hier ist ja diese Lampe. Ja. Ja. Und die zeigt dir hier aufs Dach. Da irgendwas ist. Und da, da ist ja was hier. Ich, ich weiß halt nicht. Ja, dann guck du mal kurz. Ich warte hier. Ne, du gehst jetzt mal voraus. Hopp. Warte, da, ah, da sitzt so ein Viech. Schieß es ab. Schieß es ab. Schieß es ab. Schieß es ab. Au. Ich hasse die Tiere. Mhm. Wenn du da keine Pistole hast, bist du voll aufgeschmissen. Ja, diese. Ich sterbe gleich im Hungertod. Okay, hier geht's. Wo? Da ist nochmal einer, ja. Du sterbst gleich im Hungertod, ne, ja. Mhm. So wie wir alle. Mhm. Ne, ich hab grad keine Hunger mehr. Ich bin gestorben. Hinter dir, hinter dir. Lauf rein. Ich bin schon drin. Wo ist er? Irgendwo am Dach. Boah, ich hasse die Tiere. Ich hasse sie. Ach, dann bist du da, Püppchen. Okay. Okay, lass uns in den Tunnel gehen. Ich hab abgeschlossen mit draußen. Okay. Ich geh vor. Ich geh nach. Gruselmonster. Geh vor. Oh Gott, oh Gott. Aber hier geht's einfach nur die Etage rauf. Hier ist ein Café. Ich seh nix. Ja, hier, hier. Oh ja, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, mal eine kleine Prinzessin. Ja. Was war denn das? Ist ja grad was explodiert. Echt, okay. Meli, willst du mal eine Lampe? Nee, weil die geht ja immer aus, wenn man kämpft. Ah, das ist das Blöde. Ja. Okay. Hier ist nix mehr drin. Da war ein Zombie, deswegen hab ich nicht weitergeguckt. ein Jagdmesser. Sehr schön. Oh, hier ist ne Dose Essen, Schatz. Ich schmeiße die hin. Lamm-Ration. Hm, Lamm. Sicher, dass es kein Katzenfutter ist? Wo ist das jetzt gelandet? Da. Ähm. Okay. Wo ist denn das hin? Äh, ein Raum weiter. Ach, da hinten. Okay. Ich durchsuche den Müll. Kleber. Was zum Schnüffel. Okay. Halt, das Gitter wollte ich nicht. Äh, da ist das Loch nach unten. Ja. Da gibt ja auch einen Gang dahinter noch. Ja, ne, da sind wir irgendwie. Oh. Ja, ne, da sind wir irgendwie. Oh. Ja, ne, da sind auch Treppen nach oben. So, da sind wir durch den Tunnel durchgekommen. Melle, hast du immer noch Hunger? Ja, ich hab immer Hunger. Dann komm mal her. Ach, du bist da. eine Lamm-Ration. Eine Lamm-Ration. Aloe-Samen. Danke. Ja, ich denk das... Gut. Dann Strider, ich hab hier einen Schraubenschlüssel für dich. Yippie. Habt ihr hier schon alles durchgesucht, oder? Ich hab hier noch Federn und Knochen. Ja. Super. So, die Tür hier, oder? Ich hab dich dazu. Aber wo klopft's denn? Das muss doch hier sein. Da hinten geht's nicht weiter, oder? Nein. Wo? 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 Ah, hier geht's das Dach. Bist du auf dem Dach jetzt, oder wie? Ja. Okay. Wollt ihr auch? Die zerstören doch da irgendwo komplett was. Na ja. Kommt die da rüber über das Loch? Ich bin mit Anlauf drüber gehüpft. Dann hab ich hier gegraben und dann konnte man hier hoch. Ich glaub, die sind draußen. Die Zerstörer. Nee, da. Da oben ist auch nicht ein Fenner. Okay. Ich mach euch mal Licht. Danke. Okay, erstmal hier die Beine durchsuchen. Okay. Ich mach euch mal Licht. Irgendwo höre ich doch einen. Ja, ich höre auch immer wieder. Sag oben auf dem Dach, wo die Lampe steht. Joa. Oh, ich hab noch was zu essen, Schatz. Ja, jetzt habt ihr Hunger? Ähm, noch nicht so arg viel. Na, Melle, was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Gefressen. Haha. Okay. So, Info bist du da, ist er. Ich hüpfe auf dem Dach rum. Bist du da rauf gekommen? Äh, über die Rohrräder. Also über die Lüfter. Ach, da unten, da liegt noch was. Aha. Warte mal. Au. Ah, wieder so ein Viech. Wo ist er hin? Unter dir. Da ist noch mal einer. Ah, ich kann da nicht... Melle hinter dir. Cool. Ich hab doch nur ein Licht in der Hand, mein Gott. Hinter dir. Der hat schon wieder auf der Bremse. Äh, er hat schon aufgehört. So, jetzt aber. Eieiei, okay. Also da, guck mal, da ist noch... Ah. Ich glaub, wir kommen dem Schatz immer näher. Der Schatz war die Freundschaft, die wir unterwegs geschlossen haben. Okay. Wartenbeißer. 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 Alles voll mit Wartenbeißern. Ja. So kleine Chihuahuas. Die, die haut, ich halte das Lichtle. Oh, doch. Hund, Hund, Hund. Ah. Boah. Uh. Den, den zähle ich gleich, gleich. Ah ne, verrottenes Fleisch. Sehr schön. Aber egal, mit verrottenen Fleischstoffen auch. Genau. Ja, es gibt jede Menge Beete. Die sind richtig geil. Der ganze Dach. Okay. Okay. Sollen wir wieder durcheinander sortieren? Hehehehe. Durcheinander sortieren? Mhm. Warte mal, ich habe hier auf jeden Fall leere Wasserkrüge, dein Fleisch und dein Nitrat. Und Stofffetzen war es bei dir, ne? Ja. Und leere Dosen auch? Bei mir. Nee, die hat eigentlich der Imp gehabt. Okay. Für den Imp habe ich Knochen, Leder, Federn. Und trübes Wasser. Genau. Habt ihr irgendwas für mich? Äh. Nö. Ist auch gut. Warte. Nur halt, ne. Eisen? Wer sammelt Eisen? Ich sammle dir Papier. Ähm. Ja, nimm mal mit. Ja. Hast du Papier oder soll ich's nehmen? Nee, Papier hab ich nicht. Ich hab auch noch Holz. Ist okay. Ich hab auch noch Holz. Da hinten ist halt irgendwas. Naja, da beweid ich was ab. Wo ist das Holz? Hier. Oha. Stein. Hier. Habe ich vorher nicht gefragt, ob ihr was habt? Da Federn. Hä? Hä? Fundstoff. Hä? Ich hab doch... Der kam nicht dazu mehr. Na, danach. Dann nimm du mal die Schiene. Welche Schiene? Die ich dir hingelegt hab. Warte mal, ne Schiene hab ich. Warte mal, ne Schiene hab ich. Was ist denn eine Schiene? Beinschiene. Mein ganzer Körper ist am Arsch. Da steht eine Stunde 37 Minuten irgendwas. Ja, dann guck mal, ob du die Schiene benutzen kannst. Wie geht das nochmal? Anklicken links, äh A. Nö, kannst du nicht verwenden. Okay. So, ehrlich. Fatigue. Was heißt das? Fatigue. Du bist einfach, äh, erschöpft. Das hatte ich in der Wüste. Das ist das, was mich so fertig gemacht hat. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Mach's. Ah. Oh Gott. Das ist doch gut gemacht. Das war... Das war der Angstschuss. Da geht's runter. Ah, da ist die... Was ist das hier? Da muss... Kannst du's benutzen? Sieht doch... Das sieht doch mal fast... Gute, das ist gut gebaut. Hm. Ah. Guck mal. Guck mal hinter dich. Strider. Geh zurück. Guck hoch. Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Guck hoch. Achso, das ist eine Leiter. Ach komm, du Gott. Okay. Dann geht's nach da oben, glaub ich, ne? Ja. Ja, wir haben das andere Stockwerk und noch nicht fertig. Ich komm noch mal runter. Ja, wir haben hier nicht. Warte mal, da ist... Kannst du kurz Licht hier reinbringen? Jetzt haben wir es aber fertig, oder? Was ist das für ein Loch? Oh, das ist hochkompliziert. Ich glaub, die Hälfte haben wir schon irgendwie... Hier lang. Ne, 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 alles gut. Okay, bist du vor hier hoch? Ach, da ist die Leiter. Gib direkt in Deckung. Ich hab hier oben schon aufgeräumt. Ich hab hier oben schon aufgeräumt. Wer von euch hat grad... Ich war's nicht? Ich war's auch nicht. Äh... Dann war's ein Zombie. Ich hab grad in der Toilette gewühlt. Okay, da geht's dann hoch. Warte mal, was haben wir hier noch? Ja, wo siehst du... Ja, genau. Und dem anderen Stockwerk ging's auch noch runter. Da geht nix. Okay, dann müssen wir weiter hoch. Gut, runter wollen wir ja nicht. Was heißt denn? Verschlossene Türen, die kriegen wir nie auf, oder? Wir können sie halt aufschlagen. Ach so. Aber da ist meistens nichts... äh, nichts vorliegt dahinter oder so. Ich geh mal links rum. Warte mal, hier sind noch ne Türen. Ah, hier geht's aufs Dach. So. Ah, guck mal. Es wird schon wieder Tag. Ja, und hier hat's überall diese Fallen. Ah, hier ist ein Geier drin. Boah. Ich hasse diese Vögel. Ich hasse sie. Na gut. Geht das jetzt wieder runter, oder? Weil, hier geht's runter. Wieder. Ja, dann vielleicht geht das Dach entlang, ne? Oh, fast runtergefallen. Musst aufpassen, Melle. Da oben liegt was drauf, da. Ein Rucksack, ja. Da ist wieder ein Geier. Zwei Geier, drei Geier. Vier Geier. Hab eine. Habt ihr irgendwas... Ja, wir haben die alle. ...irgendwas für mich zu essen, oder sowas? Nee. Ja, gar nicht. Das mein ich. Trinken. Trinken, über Essen. Oh, da oben hat's noch ne Treppe, seht ihr die? Ja. Hier ist der Aufgang. Achso, da. Warte mal, soll ich... Boah, ein großer Haufen Munition. Oh, das ist gut. Cool. Äh, Magnum, Schrotflinte... Können wir hier Geschwind bauen und uns, ähm, Fleisch anbraten? Ähm, also ich hab kein Fleisch zum Braten. Ich hab zehn. Können wir hier Geschwind ein Feuer hinschmeißen, ein Lagefeuer? Könnten wir machen. Hm, dann macht mal. Also ich hab jetzt kein Fleisch, aber... Ich hab leider kein Holz, um ein Lagefeuer zu bauen. Ich hab alles. Ich hab alles. Äh, Strider? Ja. Ähm... Komm. Da drin ist... Äh... Da drin, da drin Munition. In dem Raum. Unter der Treppe. Ja. Ähm, warum kann ich kein... Das will ich hier nicht machen. Achso. Kein Kochtopf drin oder so. Nee, das bringt gar nicht, das Ding. Doch unten haben wir doch einen Kochtopf gehabt, aber wo... Naja, aber ganz unten in der Kantine. Ja. Ja, nee, du brauchst Kochtöpfe alles, das ist, ähm... Nee, bringt nichts. Kann man da ansonsten ein Lagefeuer hinstellen oder was? Ja. Ja, das kostet ja nix. Oh. War das der Rucksack, der hier war? Ja. Ja, dann ist er weg. Wieso ist der weg? Der ist gerade vor mir... Der ist gerade vor mir verschwunden. Ach, scheiße. Da hätte ich das Zeug mit raus. Also, merken. Gleich, wenn man was aufmacht, alles rausnehmen. Ja, also verschwindet anscheinend. Oh, Horde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Viele, viele, viele. Ja, die Horde können auch helfen. Warte, 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 warte. Ich lade noch meine Donnerbüchse. Seid ihr soweit? Jep. Äh, trinkt vielleicht nochmal irgendwas. Bei mir hilft nichts mehr. Trinken hab ich. Okay, dann los. Ui. Alter, Alter. Alter, Alter. Okay, okay, okay. Entschuldige dich, Entschuldige dich. Komm, gar nicht. Ohhhhh. Uhhh. Alter, wenn er nah geht, dann braucht er echt geschehen Zeit, ne? Ja. Der ist tatsächlich abgesteckt. Oh, ne, ne. Doch, unter der ist auch ein Fock. Da war wohl. Shit. Oh, ne. Aber der ist auch runtergefallen. Oh, das ist nicht gut. Oh, ne, das ist nicht gut. Oh, ne. Ah, du lebst ja noch. Ja, kennst du. Das ist praktisch. Ja, der liegt tot. Wir sind beides los. Oh, scheiße. Zombie-Männer. Der ist irgendwie vollgezockt. Hui. Ich glaube, warum war jetzt hier umso viel los? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, fuck. Hilfe. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Boah. Ich brauche irgendwas. Du bist tot gewesen jetzt, ne? Ja. Okay. Findest du den Weg jetzt zurück? Ja. Ich muss ja bloß irgendwo was... Wo haben wir denn Ding hinterlassen? Wie heißt's? Knüppel oder so'n Scheiß? Äh. Haben wir eigentlich gar nicht. Ähm. Oben. Da hab ich ne... ne Waffenkiste. Ja, aber da ist kein Knüppel drin. Hab ich schon geguckt. Ne, ne, ne. Andere Waffe vielleicht? Doch, hier. Holzknüppel. Geht's jetzt hier weiter, oder? Ja, ich guck mal ganz kurz. Oh ja, guck mal hier. Oh, ne Waffentasche. Waffentasche. Nimm's mit. Also alles. Oh, Donnerbüchsen-Munition. Okay. Ich weiß bloß nicht, ob ich das Krankenhaus noch weiß. So hin. Also ich weiß, wo's Krankenhaus ist. Ich hab hier ne versiegelte Kiste. Wird dir dein Ruckzack angezeigt? Melle? Äh. Äh. Wie soll der aussehen? Äh. Es müsste so ein Symbol auf der... Kleber. Ui. Fahrradfahrwerk. Das ist der große Schatz hier anscheinend. Mhm. Okay, die mach ich mit dem Schlossknacken. Die dre ich mal gucken. Da ist ne riesen Truhe. Boah. Ist mir auch noch kalt? Ich renne. Mir kann's nicht kalt sein. Oh, ne, oder? Brauchst du anscheinend mehr Dietrich als nur einen. Ich hab dir doch... Oh, haben wir den... Haben wir den zuhause? Warte. Ich bin grad zufällig in der Nähe. Der zweite hat's gepackt. Und was ist drin? Ähm. Robotikhammer. Das ist so ein... Nimm mit. Ja, ich nimm mit. Stahlknüppelteil. Oh, das ist für'n Knüppel. Ne Mod für'n Knüppel. Und ne Militärrüstungsteil. Okay. Oh, ich hab keinen Platz. Warte mal. Ja. Ja, dann nehm ich's halt. Von außen sieht's gar nicht so groß aus. Oh, jetzt rennt da auch noch einer. Ich bin jetzt völlig überladen. Hm. Okay, das kann ich zerkleinern. Dann ist das schon mal weg. So. Jetzt ist halt die Frage... Ah, Melle, jetzt weiß ich, wie du abgestürzt bist. Oh ne, das ist gemein. Wo fließt es bloß einer? Hm, Strider? Ja. Hast du noch irgendwie Platz in deinem Inventar? Auch wenn du überladen bist? Nee. Ich hab nur noch einen einzigen Slot. Bist du so überladen? Aber ich kann dir noch was geben. An Eisen oder so. Dann wird's eventuell funktionieren. Also, ich bin unten an der Eingangshalle, aber ich weiß nicht mehr, wie ich hochkomme. Ja. Wo hat denn das? Ich glaub so... Bist du... Bist du wieder zurückgenommen? Im Innenhof? Melle, bist du an dem Hof, wo wir gegraben haben? Weil dann kann ich dir einfach... Nee, da wo der Spielplatz ist. Findest du den anderen Hof, wo wir gegraben haben? Ja, klar. Ja, dann schmeiß ich dir dein Zeug einfach runter. Du stehst nämlich dann unter uns. Okay, ich hör hier unten noch was. Ich seh dich. Okay. Wenn ich dir das jetzt runterschmeiß, landet das bei dir. Das ist jetzt nur ein Test. Äh... Da. Hast du's gefunden, ja? Ja. Was war's? Da ist jetzt nur ein Messing-Türgriff drin. Ja, das war richtig. Jetzt hab ich die mal... Ja gut, dann machen wir das doch einfach so. Ja, dann schmeiß ich... Oh, du fällst ja runter. Ja, deswegen schubst du mich nicht. Dann gehen wir schon zurück. Hm. Dann geb ich dir jetzt das Zeug, was ich vorhin gesammelt hatte. Ach nee, warte. Okay. Da ist ja auch die ganze Ausrüstung von dir drinnen. Äh, überlastet. So, Melle, ich schmeiß jetzt alles runter, was mir nicht gehört. Ja. Guck mal, da kommen Luftpakete. Hehe. Die Luftbrücke. Eins hilft. Aber wie hast du das jetzt aufnehmen können? Dein Rucksack liegt ja hier. Aha. Ja, aber was warst du deine Sachen? Ja, er macht das Stück für Stück. Ach so. Ich bin halt dann mega überlastet. Ich bin von dieser blöden Treppe und dann ist mir auch noch der blöde Typ hinterher gefallen. Ja, du darfst auf der Treppe nicht sprinten, weil auf der Treppe läuft man aus irgendeinem Grund doppelt so schnell. Ja. Bin ich ja gar nicht. Ich bin da runtergeklumpst. Äh, das noch und das noch. Jetzt müsstest du alles haben. Ja, der Rucksack ist leer. Ja. Ich höre immer was. Ich hasse das, wenn ich sie höre, aber nicht sehen kann. Und wir müssen jetzt noch einen Weg runter finden, ohne uns die Beine zu brechen, oder? Ja, ja. Also hier übers Dach wieder. Wo bist du, du dumme Nuss? Öh, da! Ich geh einfach hier runter. Guck mal, da ist ein Loch in der Wand. Bleibst du gefälligst liegen, du dumme Sau. Entschuldigung. Lass es raus, Melle. Habe ich nicht gesagt. Ich bin allein. Ich wehre dich. Äh, wo kamen wir denn vorhin her? Von da drüben. Irgendwo kamen wir denn her? Hier irgendwo. Ah nein, wir kamen durch das Loch. Jetzt. Jetzt. Macht das Sinn. Hier kamen wir her. Habe ich dich gerade abgehängt, Strada? Ah, da bist du. Nö, nö. Ich bin nur ein bisschen langsamer. Auf Deutsch habe ich dich abgehängt. Ja. Ich laufe nicht mehr so das schnellste. So, Melle, ich bin jetzt am Spielplatz. Ja. Wo bist du? In dem Gang hier. Guck. Rechts oder links? Hier. Ach da. Adler, Adler, Adler. Oh, Geier. Geh weg. Soll ich das Loch nicht so rechtzeitig gefunden habe? Hab ihn. Hey. Aua, Aua. Ja. So, ab nach Hause, wa? Äh, ja. Bin ich dafür. Das war sehr actionreich. Und trotzdem haben wir nicht alles, ne? Mhm. Ah, wir haben den größten Schatz haben wir geborgen. Und wir sind alle gestorben. Ja. Das ist doch solidarisch. Ich hab jetzt, glaub ich, in dem Spiel grad mal zweimal. Ja. Zumindest hab ich kein gebrochenes Bein. Das ist auch toll, oder? Ja. Ja. Du hast zwei Tode hinter dir. Ich hab drei. Dann patch du sieben. Wo siehst du nur das schon wieder? Ähm, auf den Kapp und da hinten auf das Spieler-Symbol gehen. Ah, okay. Ah, nee, das kann nicht sein. Ich bin da noch nicht. Nö. Nö. Nein. Doch, du bist der Gefahr. Du bist das Risikomännchen. Dieses Haus ist auch total verbarrikadiert, ne? Da kommt einer. Ja, gemeißen. Hey. Ich wollte ihn nur mal anschießen. Du bist unverbesserlich. Ist das hier Sand? Oh, geil. Das ist Sand. Oh, geil. Das ist Sand. In die Wüste. Kannst du erstmal hier gucken. Ja. Also, wenn wir da immer mal unseren Fahrradgang haben, dann klappt das schon. Ja. Ein Fahrradfahrwerk hab ich schon bekommen. Was brauchst du noch? Oh. Oh, ja. Noch, noch ein bisschen was. Da muss ich mal gucken, wie ich das alles mache. Jetzt krieg ich auch langsam Hunger, ja? Hier. Ich hab was von zu Hause mitgebracht. Okay. Okay. Oh, das waren 425 Sand, der kleine Haufen. Kannst du mir die Hälfte vom Holz wieder abgeben und die Hälfte vom Stein? Nein. Warum nicht? Weil du nicht bitte gesagt hast. Kannst du mal? Bitte, bitte. Warte mal mal. Danke. Danke. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir auf dem Weg nach Hause jetzt aber für die heutige Folge schon mal wieder Schluss machen, wa? Jo. War ja wieder sehr spannend. Ja. Also, dann zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.